Musik Ja und herzlich willkommen zur Demo von The Parcel Corpse Eine weitere Demo vom Steam Next Fest Wir starren einfach direkt hinein, wenn das Spiel uns das schon so sagt Und woher die Reelers Okay, mal schauen Hey du! Oh shit! Wenn ihr die Rückbremsen müsst ihr kippen Okay Ich verstehe es nicht ganz Zurückhalten Doppeltipp Ah, okay Ich springe auf das Autodach, tippe dann X um das Parkhaus zu rüpfen Jetzt bist du ein bisschen stabiler, es ist Zeit, um zu arbeiten Schöne mich hier, auf der anderen Seite der Plaza Ria Spring in Wallride Die ganze Stellen kann ein bisschen durcheinander gehen, glaube ich Schöne diesen QR-Code Was? Im Spielen QR-Code scannen? Schöne ihn zugefügt, Handy schließen Hello, aspiring bicycle courier So, let me get this straight You want me, an owner of a moderately successful small-medium enterprise To sign up to your delivery app? Ha, I'm something of a bicycle messenger myself Actually that's not true, I'm not, it sounds awful But I've ordered enough burritos in my time to think I understand how this works Tell you what, one of our suppliers is working on that construction site across town They have a package they need to drop off here Head over there and pick it up If you can bring it back here in three minutes, we'll sign up to your app Okay mate, I'll leave you to get your game face on I'll speak to you again when you've signed these guys up Good luck! Alright, thank you This is actually on the right side, live Stream the two Peters live Oh Okay, I think Okay, I think The turn could be cool if you can get it out of the way Okay, I think Okay, I think The turn could be cool if you can get it out of the way Oh That's That's What the hell is this? Oh shit! Ne, jetzt sind wir hier irgendwo unten. Ich habe mich schon jetzt schon halb vergessen. Okay, gut gemacht. So landst du bald an der Wall Street, also um dort hinzulieven. Danke, dass ich das gerade vorgelesen habe. Gib mir den Reinkriegers Neukunde. Okay, gut gemacht. Okay. Wie kann man sich jetzt nochmal auf der Stirr drehen? Ja, ja, Schlaf hat ein, Leute. Okay. 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 Was? Okay. 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 고�artez. Okay. Dankeschön. Sehr nett, dass man jetzt auch hier so einen Kommentar bekommt. Das war falsch, wie es aussieht. Okay, danke sehr für den Tipp. Gut, dass ich das Schild hier weggehe, was ich mit habe. Hallo, willkommen zu Ehrman Trout's Fish and Chips. Ich bin Ehrman Trout, ich zähle Fisch und ich zähle Chips. Das ist es, du hast nichts für mich. Ich sage dir was, du bist das Job für mich, und ich werde stark überlegen, die Leute, die auf deine App anrufen. Es ist nur ein einfacher Schild, keine lustigen Sachen. Mein Mann wird hier warten, nicht zu late und nicht mich zu lassen. Jetzt schau dich, ich habe Fisch, die ich zähle. Dieser Grafikstil, ziemlich nice. Ich bin ziemlich schlecht darin. Wie man sieht. Wie man sieht. Hat auch nicht geklappt. Hat auch nicht geklappt. Wenn du es zu tun hat, Stable горures sch Tempel nicht zur Lichter, Und dann schau dich, wenn du zu viel hin kannst. Ah, fuck, ich komme schon um. Okay, und noch ein Spot. No. Hä? So schaffe ich das nicht. 10 Sekunden. Okay, halt gleich, glaube ich. Okay, du hattest deinen Ende des Gesprächs. Ich bin nicht der typische Typ, der halbe Begriffe macht. Ich bin alles in. 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 Das war doof. Nee, komm ich jetzt da nicht raus, oder was? Mal wieder hier durch. Und dann links rum. Schaffe ich das noch? Mal wieder durch. Well, you look like you know what you're doing. I'll leave you to your own devices. It's been a privilege to watch you work. Ten out of ten, love what you do. Remember us all when you hit the big time. Bravo! Was? Oh, ne, das war doch für die Ender-Ausbildung zu fahren. Shit. Komm schon! Ja, ja, ja! Ja, das war's. One. Time up. Hello, Inquisitive Fury. My name is Will, Will Barr, and that was an example of a microteaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Billy Goode Entertainment, you've a finite amount of time to explain why discerning intellectual players such as yourself... ...should be excited about being thrust into the exciting high octane world of... Parcel core. That's right, escape the mundanity of daily life and slip into the spandex of one of our many colourful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary and basic workplace rights less cool jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. Well, it's kind of like a career in video game development, except without all the cool traversal stuff. So, yeah, really just the exploitation. Uh, but I digress. Sign a casual work agreement with one of three rival courier corporations all vying to become the most profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is a foot that threatens more than just the business model our protagonists operate under. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken cheese and tritzo melt and save the world. Parcel Corpse. Bye Billy Goat. Sehr schön. Das war dann wohl die Demo von Parcel Corpse. Der Trailer ist und bleibt einfach gut und lustig. Das Game ist ja von gleichem wie eben Goat Simulator. Von daher kann man da eigentlich bloß losigen Stuff erwarten. Und eigentlich macht's auch Spass, wenn man wahrscheinlich wirklich die Controls hier mit dem Gamepad irgendwie raus hat. Ich war nicht ein bisschen überfordert, weil man irgendwie so viele verschiedene Tasten hier drücken konnte und alles wurde ganz schnell erklärt. Naja. Aber eigentlich sieht's ein Trailer ganz gut aus, also könnte wirklich Spass machen. Zumindest mehr als andere Spiele, die ich hier gespielt habe. Ja, mal schauen ob ich spiele oder nicht. Werden wir dann sehen beim Full Release. Und ob ich sowas hier hinkriegen werde, bezweifle ich. Aber ist ein cooles Spiel, wirklich. Nice Design Art auch. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Parcel Corpse. Und bis zum nächsten Mal. Und immer schön Sachen ausliegen. Tschüss.